Luna ist Mitglied des Weltverbands der MondfliegerInnen. Sie soll den nächsten internationalen Mondkongress organisieren. Eine große Herausforderung für Sie. Warum wir Ihnen das erzählen? Weil wir bei der Organisation von großen Verbändekongressen helfen können. Auch Ihnen. Zumindest, wenn Sie ihn nicht auf dem Mond, sondern in Köln ausrichten möchten. Hier fühlen sich Menschen aller Nationen und global tätige Unternehmen verschiedener Branchen wohl. Hier kommt zudem eine beachtliche wirtschaftliche und wissenschaftliche Kompetenz zusammen. Da Köln das Zentrum für Europäische Weltraumforschung ist, weiß Luna, dass sie ihre Mission genau hier erfolgreich umsetzen kann. Sie lässt sich vom Cologne Convention Bureau unterstützen, dem Kongress- und Veranstaltungsbüro der Köln Tourismus GmbH. Wir beraten und unterstützen Luna ganz flexibel. Je nachdem, was sie benötigt. Neutral und komplett kostenlos. Nachdem wir das Timing geklärt haben, stellen wir ihre Bewerbung zusammen und erstellen das Bidbook. Auch bei der Auswahl sämtlicher Eventdienstleister und Hotels können wir Luna helfen und auch ein Rahmenprogramm planen. Präzise wie einen Raketenstart planen wir mit Luna zusammen ein unvergessliches Erlebnis. Ein kleiner Schritt für Luna und ein großer für Ihren Verband. Wir helfen auch Ihnen gerne bei Ihrer Mission. Untertitelung des ZDF, 2020